Nee, das ist nicht deren Ernst. Ich bin in Triebkarten vom warmen T-Shirt zum Eisbad gekommen. Wenn du das gleiche Ergebnis erzielen willst, nimm an der Kälte-Challenge teil. Gerade jetzt in Winterzeit, um zu den Zeiten es ist wichtig sein Immunsystem auf den Next Level zu bringen. Und heute habe ich bei mir einmal und den Kälte- und Atmungsexperten Steffen Meyers und meine Wenigkeit, falls ihr mich noch nicht kennt, Siggis Balik Personal Trainer seit 15 Jahren. Und auf meinem Kanal in diesem Video werden wir dir heute in der Folge erzählen, wie du es schaffst innerhalb von 10 Tagen dein Immunsystem zu boosten, deinen Stress zu reduzieren und deutlich mehr Power und Vitalität in den Alltag länger zu schaffen. Und daher ist es super wichtig einfach mit der Kälte und mit der Atmung dein Immunsystem zu stärken und seine Gesundheit einfach nochmal auf das nächste Level zu bringen. Was kannst du also in diesen 10 Tagen erwarten? In diesen 10 Tagen wirst du mit Sicherheit einen kleinen Push bekommen, was deinen Energiehaushalt angeht. Das heißt, mehr Energie und Power für den Alltag. Du wirst wahrscheinlich dein Immunsystem einen guten Push geben und auch abends, vor allem nachts, besser schlafen. Außerdem lernst du kennen, wie man effektiv atmet, sodass man möglichst viel von der Atmung auch profitiert. Deine Eintrittskarte zu dieser schönen Challenge ist einfach den YouTube-Kanal zu abonnieren, ein Like da zu lassen und alle Fragen, die du dazu noch hast, werden wir auch nach den 10 Tagen noch für dich beantworten. Bis zum nächsten Mal.